ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde no more room in hell hallo oh geil gleich noch eine waffliche munition in weniger anzahl ja hallo ich bin da liegt ein vorschlag aber eben so gern hast da in der ecke hier hier da und es ist wahrscheinlich schon ja das sind kettensäge ja ich glaube ich glaube die braucht und soviel Inventarplatz ich nehme lieber ein Brecheisen mit um was haben wir noch was wäre ernsthaft die kann man nicht anschauen Alter ist das Ding laut haha ja die braucht Benzin das weißt du die verbraucht Benzin ja dafür sind die Benzinkanister gut Alter du siehst so scheiße aus ne hat jemand von euch ne 9mm Pistole? nö aber ich weiß was ich mache ich mache in den Obsurden den Tod noch ein bisschen leiser mach das so ich hab 8 Schuss lalilalila ein Talkie Walkie das brauchen wir zwar nicht weil wir im TeamSpeak sind aber wir nehmen es trotzdem mal mit braucht noch jemand neun Millimeter Munition? ah keiner von uns hat ne neun Millimeter Pistole das ist das Problem doch ich habe du hast dann hier ich hab noch neun Millimeter kann es aber nicht gebrauchen ah warte ich hab auch noch Muni im Moment Kaliber 45 ist hast du zufällig 45er Munition? ne ich hab nur wo ist meine Muni? 2 gedrückt halt ja aber da wird grad nix angezeigt vielleicht hab ich sie schon gedroppt hat jemand M16 Muni? das ist ne M16 5,56 oder hast du was größeres? äh steht nicht dabei doch wenn du eins gedrückt hältst und ähm mit der Maus drüber gehst müsstest du nochmal äh da R gedrückt hältst dann äh siehst du wieviel Munition und was für Munition? äh 5,56 ja das ist ne M16 ja warte ich muss mal kurz warte 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 kennst du den Vorschlag haben wir nicht? nö ich hab die Kettensäge dann nehm ich den ist doch klar beides geht ja nicht ja das ist mit dem begrenzten Inventar die Sache ne? soll ich mal die Dachluke aufmachen? warte wo? ja ähm das ist sofort sofort wird mein Gameplay warte warte leute ja es kann losgehen komm Party oh fuck da ist einer von der Army Hilfe die beste Armee der Welt wow sag doch was sag ich doch jetzt lässt du ihn mir in den Rücken fallen ach komm her Profis am Werk ja danke dass ihr mich jetzt erschlagt jetzt bin ich schon wieder halb jetzt bin ich infiziert geil ja das kommt aber nicht von den Schlägen nö da liegt noch ne Pistole da nehm ich die mal weil meine ist fast leer das ist ne 9mm wer hat die 9mm Munition? ich ich hab aber auch ne 9mm ok aber 16 Schuss sind besser als 8 oh ich hab Freunde gefunden warte mal ich muss noch kurz was an den äh da ne Tastenbelegung ein das ist ne Mac 10 ah wie viel muss ich ich nehm sie einfach mal mit kann ich nicht das heißt die Mac 10 bleibt ne die geht mit das heißt wenn ich verreck Leute ich hab jede Menge Knarren dabei Leute ich seh meine Waffe nicht mehr ich hab die Waffe ausgerüstet sie sie aber nicht jetzt seh ich sie hallo Leute hab mal Alter ich hab den grad nen Schuss in den Kopf gejagt der lebt immer noch was soll der Scheiß hm Alter wie viel hält der aus 5 hm enas de der hängt da ein bisschen also Leute wenn ich aufkrotz ihr seid schuld und was ach Also ich bin so gut wie tot, das heißt... Da ist ne Bandage. Hast du die gebraucht? Das sind Pillen, das sind Pillen. Wo, wo? Ne, das ist ne Bandage. Ah, das heißt, ich bin gleich tot. War schön mit euch gespielt zu haben. Oh, da ist ne... Ich hab den Zombie gekillt, der in dem Ding feststeht. Das ist toll. Die Tür geht nicht auf. Ich seh schon nix mehr. Ich bin tot. Ey, ich respawn, ich respawn! Ist das geil? Ja, du kommst aber auch als Zombie wieder. Ja, das soll ich so. Warte auf den Startpunkt. Jetzt bin ich wieder dabei. Ich komm runter. Na, mach das. Ich bin oben gespawn. Da liegt doch noch ne Uzi. Das ist meine. Könntet ihr mir die übrig lassen? Ja, machen wir. Finde ich gut. Die hat aber, glaub ich, nur noch sieben Schuss. Deswegen. Und ne Schrotflinte haben wir hier auch. Was, echt? Ja, ja, hinten, wenn du da in den Raum gehst. Hm, da lag irgendwo von Johann's Munition rum, wenn ich nicht eine ausgesammelt hätte. So, jetzt habe ich meinen Vorschlaghammer wieder. Die Beretta. Warte mal. Fliegt die hier raus? Und ich nehm... Ja, das geht anscheinend nicht. Wie viel Munition habe ich denn für die Beretta noch? 15. Perfekt. So viel Ausdauer, ne? Dreimal mit der Schaufel zugeschlagen, wie schon... Da ist ein Rifle. Falls hier eine braucht. Oh, fuck. Nein. Wo ist ein Rifle? Da drin? Ja. Na. Oh, nice. Das ist eine doppelläufige Shotgun. Hast du nicht oben irgendwo Munition gedroppt? Die hast du doch. Ach. Nein, ich bin doch gestorben. Das heißt, wir müssen eine von euch aufgesammeln. Ja, zwei Rounds left. Patrick, hast du 12kg? Was habe ich? Schrotflinten Munition. Kaliber 12. Hm, warte mal. Das war richtig nice. Dann hier eine fette Schrotflinte noch. Ja, habe ich. Warte mal. Kannst du mal droppen? Ja. Jetzt habe ich... Sieben Schuss insgesamt. Oh, ne Taschenlampe. Ja, wir können auch einfach außen rum gehen. Aha. Meine da geht jetzt Holzbütt entfernen. Ich glaube, das kann man nicht entfernen, aber ich kann es probieren. Warte mal, geh mal weg. Naja. Nicht die Tür, ja. Das ist nicht leicht mit dem Ding was zu treffen. Ich bin außer Atem, jetzt muss ich erst mal warten. Ja, dann sind schon wieder nicht. Nein, also ich habe das Ding schon zum... dritten Mal getroffen, das geht nicht. Scheiß auf den Vorschlag, kann man nicht in den Baseball schlägen. Mit Vorschlag kann man brauche ich viel zu viel. Ausdauer pro Schlag, das wird nie was. Also anscheinend kann man dieses Brett nicht entfernen. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter. Ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles. Da ist noch eine vernagelte Tür. Wollen wir mal gucken, ob wir die aufkriegen. Räug dich mal. Und? Achso, die habe ich auch schon probiert, die geht nicht. Die ist zu. Die Bretter kriegen wir anscheinend nicht weg. Ah, wir müssen... Break the blinds. Das heißt, die vor der rot markierten Tür, wo du davor stehst. Soll ich mal draufhauen? Naja. Ach. Es tut sich was. Eine noch. Exo, okay. Release Stairgate. Aber man sieht doch so viel, ne? Ja. Muss noch laufen. Fuck. Aim FDB, so. Oh, da ist noch irgendwo einer. Au. Da ist noch eine Tür. Ah, die geht nicht auf. Nice one. That one is mine. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich habe noch... Drei Schuss. Drei Schuss, au. Guckt in jede Ecke, dass wir nichts übersehen müssen. Alles mitnehmen. Oh, ich... Oh, ein schneller Zombie. Oh, okay. Wenn ich schon wieder gespissen werde. Ja, ich blute. Hat jemand eine Badage? Ein Autofus! Ich habe sie. Warte. Ich habe die... Warte, den mache ich... Ja, okay. Klappst du gedroppt. Ja, ich sehe es. Warte mal. Äh. Ach. Und ich bin infiziert. Na super. Äh. Mann. Beide. Ja. Die kleine ist gar nicht schlecht. Da ist 12 Rage Munition. Oh ja, brauche ich, nehme ich. Finde ich gut. Da sind Pillen. Oh ja, gibt es noch einen? Ne, das sind keine Pillen zum Auflegen. Ah, ich will da nicht durchlaufen. Äh, Rückzug, andere Richtung. Keine Lust mich mit denen zu schlafen. 6 Kaliber 22 Munition. Doch, hier sind Pillen, hier sind Pillen. Du hast gemeint, hier gibt es Schrotflinten Munition? Ja, hier hinten. Nippeln, Kevin. Auf mir. Unter mir. Ah, da ist Schrotflinten. Auf dir. In dir. Äh. Oh, hier steht noch eine Waffe. Was ist das? Das ist nochmal so eine... Das ist nochmal so eine Schrotflinte, wie ich schon hab. Das stimmt gar nicht, infiziert. Da hat er einfach nur mega einen Kater. Und ich habe Schmerzverblätten. Ja, genau. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, ich weiß, wo wir weiterkommen. Da wo Patrick und ich gerade waren. Und rumgedreht haben, weil es uns zu viele waren. Hier rüber. Entweder hier rüber oder da runter. Ich weiß es jetzt gar nicht. Wollen wir erstmal drüben gucken? Okay. So ein Fenster möchte ich auch gern. Ähm. Erschießt du den oder soll ich den erschießen? Erschießt du. Das ist geil an der Schrotflinte. Man muss nicht zielen. Man muss einfach nur ungefähr nicht. Oh, ich habe noch 12 Gauge. Double tap. Johannes. Erschießt. Ich komm. Dankeschön. Achtung. Oh shit. Die ist leer. Da sind nochmal Pillen. Nehmen sie mit. 5 Loads remaining. Versuch mal die Türen aufzumachen bitte. Na, geht anscheinend auch nicht. Ähm. Geht nicht. Jetzt haben wir gerade Munition verschwendet, um hier lang zu kommen. Sehr geil. Ja, da unten geht es weiter. Ja, da ging auch die Leiter runter. Ja, aber da kommst du nicht durch. Du musst durch das Loch in den Boden. Durch die Treppe da. Das heißt wir sind hier umsonst. Ja. Mit der Treppe sag ich schon. Ähm. Mit der Leiter. Ja. Ja, super. Oder? Zeit und Munition vergeudet. Ja, wir müssen über die Leiter. Ich geh als erstes. Kevin? Ja, da schießt sich die Löcher im Zaun. Du kannst schon mal runter. Ah, ok. Soll ich vorgehen? Voll. Ah, fuck. So, es sind schon mal weniger. Ja, dann war's. Hier ist alles gut. Hier ist alles zu. Hier kommen sie nicht durch. Hallo. Ich hab die Tür aufgemacht. Du kannst jetzt glaube ich die Treppe runter. Boah, mit ner Pistole. Jawohl. Wagt in dem Moment wo ich vor der Leiter stehe. Ja, die Tür aufgemacht. Gut. Hier geht's noch weiter. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder hoch, ne? Ja. Der ist hoch und dann zu hoch. Spring hoch bevor die... Falls die die Deckung kaputt kriegen. Da hab ich jetzt grad... Irgendwie voll keinen Bock drauf mich mit denen auch noch anzulegen. Ich nehm mal die Beretta. Die ist nämlich auch noch voll. Und spreche ein bisschen Schrotflinte, Muni. Oh, der Garten ist auch voll. Ah, Mann. Was ist mir irgendwie zu wichtig? Ich nehm den Pistole. Ihr macht ein Beretta, Muni? Mh... Nö. Nein. Nur Schrotflinte. Was ist das denn? Den brauchen wir um durch, äh... Um durch die Wand zu sprengen. Ich glaub den müssen wir drauf schießen. Durch die Wand jetzt? Also aufheben kann man ihn glaub ich... Ich guck mal kurz. Ja. Durch die Wand. Ich bin tot. Ja, geil. Ich warte bis ihr response wird. Rufi ist am Werk. Ja. Warte, schau zu euch. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, wo es da geht. Ich blute, ja super. Hat jemand von euch noch ne Bandage gehabt? Oder ist die jetzt auch weg? Nö, die hat nicht. Ah, ich nehm jetzt mal das First Aid Kit, okay? Sonst verblute ich. Ja. Die Tabletten hebe ich auch mal auf. Welcher Held kam überhaupt auf die Idee, das Ding da abzuschießen, während wir da im Raum stehen? Ich weiß nicht, ich bin grad durch die Tür gelaufen. Ich weiß es auch nicht. Deswegen hab ich's wahrscheinlich überlebt, weil ich grad aus dem Raum raus bin. Ja, ich stand halt in der Ecke vom Raum. Scheiße, lass mir meine Waffen und Munition, ich brauch die. Ja, die hast du noch. Ich will meine Kettensäge, ich will meine Kettensäge. Ich hab nichts aufgehoben, außer meinem Trails. Ich hab's left. Warte, so jetzt bin ich hier. Nur noch vier Schuss in der Beretta. Ach, Kevin, äh. Ja. Alter Scheiße, der ganze verfickte Garten steht voll mit den Typen. Oh, da ist ein... Ey, wir sollten mal gucken, ob wir ne Zahlenkombination irgendwo finden. Schaut euch mal um. Ah. Wie komm ich wieder raus aus diesem Zahlenscreen? Ah. Mit rechtes Leben. Guck mal. Äh, ich hab jetzt die falsche Kombination eingegeben, das ging auf. Ey. Ich würd sagen, wir gucken mal, ob wir irgendwo die Kombination für diese blöde Tür finden. Es interessiert mich nämlich derbe, was dahinter ist. Ach man, Alter. Nur noch ein Schuss. Habe ich... Mein Sturmgewehr habe ich auch gehoben. Wunderbar. Ja. Such mal nach der Kombination, vielleicht ist Munition und so dahinter. Ich guck noch mal oben. Ein MT. Auch MT. In meinem Herzen. Du bist leer in deinem Herzen. Du bist leer in deinem Herzen. Kann man Kombinationen eingeben? Bitte? Da an der Tür, neben diesen Bänken, die da stehen. Ah, okay. Ich guck jetzt grad, ob ich irgendwo... nen Zettel oder irgendwas finde. So wie ich unser Glück kenne, ist der da, wo wir gespawnt sind. Wir haben nicht gründlich genug geguckt.